Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Billiard zusammen mit dem Paluten und eure Manual Oh Gott, ich hab's komplett verkackt Das war richtig gut Du kennst die Regeln, du kennst sie Ja, ein Ballern Ja, danke So, wir haben das schon seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt Die letzte Folge war mit dem Haarigen Otto zusammen im Kühlregal Und das ist gerade alles nur zum Ausweichen weil Manual immer noch Ey, ich kann nicht mal was einblenden Der ist doch nicht normal Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Aids im Hals Alter, was war das, Palette? Was war das? Ja, die Datei, die ich dir vorhin gezeigt habe Die war auf jeden Fall nice Die klang exakt so, als wärst du gesund Jawohl, geil, Alter Nein GG, ja, Leute Lasst eine Bewertung da, wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Geil, Alter, können wir noch ein paar aufnehmen? Hey Hey und willkommen zu einer neuen Runde Und weißt du, was auch nicht mehr geht? Leute, ich hab's verloren Was hast du denn? Mojo? Oh, es geht Hallo Ja, aber das ist nicht die Tonlage Ja Das ist nicht Goldkehlchen, Menje Nee, der ist tot Der ist eben gestorben Der ist tot Ja, geh rein Geh doch einfach rein, bitte Nein, 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 nein So, ich hab die halben Ja Du hast die halben? Nein, 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 du hast gar nichts Wie? Ich hab gar nichts Du hast gar nichts Achso Ja, scheiße Ja, aber hier ist ja nirgendwo was Ja, mach einfach den Die schwarze rein Mach schweiß Ja, das überlasse ich dir, Alter Der kann's jetzt richtig schön rein Reinremsen Ich probier mal drei Stück einfach anzubraisern Ja, 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 ja Danke Wo hast du denn da irgendwas gesehen? Garne, in den Nein, ich wollte da rein rätseln Ich klopp hier rein Das wäre unfair, hier zu berechnen Wir, wir Nein, 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 nein Wir, wir spielen erst richtig, wenn Uns eine zugewiesen wurde Ja, ansonsten sind die ersten offiziellen German Let's Play Regeln Nein, bala, la, la Alter, das Leben will mich doch zerstören Easy, wo ist denn hier der Chat? Wo kann ich denn hier Easy reinschreiben? Keine Ahnung, was ist das denn? Das war ja das lächerlichste Oh Aber das zählt wieder nicht, ne? Da ist wieder nix Können wir auch immer mal normal spielen? Ey, was ist das denn? Komm, da musst du jetzt mal was Ja, ja, geht bestimmt Ich habe auch leichtes Sodbrennen, muss ich sagen Oh Ich hatte gestern so einen Dürum gegessen Und der steckt mir ein bisschen quer Boah, was hat die Schwarze da getan? Yo, direkt Ja, zwei war geplant Ich kann spielen Du hast den Dürum in deinen Kopf geschoben Und seitdem brennt alles Ja, der war halt echt nicht so geil Und das war, glaube ich, die Kette von Manuel Neuer Manuel Neuer hat irgendwie so eine Fastfood-Kette Okay Und, ja Aber würdest du sagen, er vergiftet dich? Nee, nee Aber, um Gottes Willen, Manuel, Alter Hat er dich vergiftet? Oh Gott, da sehe ich doch schon wieder die Schwarze so ein bisschen gefährlich Ja, ja Irgendwo längs blieben Mach ich gleich So, was machen wir denn jetzt mal hier? Wir machen mal hier den... Kannst du mich mal bitte gewinnen lassen, Alter? Dank, Alter Das war natürlich... Normal kannst du natürlich nicht gewinnen, ne? Mal, ne Nur wenn Manuel mich gewinnen lässt Ja Verdammt Ja War genauso geplant, Alter Genau Was esse ich eigentlich zum Abendbrot? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen... Erzähl gerade, dass er... Den hab ich gestern gegessen Und du hast... Was? Okay Und du hast immer noch so... Hä? Ja Und dann über Nacht hab ich Sogbrennen bekommen Junge Und ich bin eigentlich jemand... Ich hab wirklich einen Magen, der ist eigentlich... Es sei denn, ich esse wirklich Crap Aber dann wird mir schlecht Und nicht, dass ich Sogbrennen hab oder so Zum Beispiel Manuel's Kottkekse Ja Weißt du noch? Danach, als du gekotzt hast, sechsmal? Mindestens sechsmal So, jetzt lass mich mal hier... Hör, hast du irgendwas reingemacht? Ich hab was rein, natürlich Komm, Schwarz Oh, alter Schede Ich dachte schon wieder Ja, ich hatte auch so... Pipi in den Augen Was hast du dir dabei auch gedacht? Ja, ich wollte die reinmachen, alter Als ob die so reingeht Was war das denn für ein Versuch? So Die piept irgendwas Ja Der ist der Feueralarm, den ich gerade aktiviert hab Um dich abzulenken Nee, nee, ist hier die Kamera, die piept Die, die mich immer fiel Oh, ja Ach, komm Mann Voll verkackt, Alter Der wär schön gewesen Voll verkackt Voll verkackt Der war auch genauso geplant, Leute Hm Ja, sehr gut Stopp Stopp Ja Ihr fahre weiter, bitte Wird er es schaffen? Wird er es schaffen? Wird dieser Ball reingehen? Nee Hallo? So geht er echt nicht rein Aber was macht er denn? Ja, ja, ja Nein, nein, nein So, 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 so Ja, ja, ja Da sind wir dabei Wieso ist es doch immer noch gut? Blüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ach, schade. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Ballert die eine da jetzt volle Kanne dazwischen. Nein, 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 nein. Dazwischen! Ja! Oh! Ey, ach komm! Was? Alter, was ist denn mit mir passiert? Nein! Und die geht doch bestimmt immer noch, ey, wenn die da jetzt rein geht. Was? Ey, ohne Mist. Was ist denn? Was ist denn falsch? Ja, ich habe die letzten sechs Monate nur trainiert. Ja, mhm. Hat man gemerkt. Ah, sehr gut, Alter. Ja, sehr, sehr toll. Ja, ja. Komm, ich spiele die schwarze wieder an. Geil. Habe ich jetzt eine, bitte? Ja, jetzt müsstest du die vollen haben. Habe ich die voll? Ich habe die vollen. Habe wohin wieder gesoffen. Oh, das erklärt einiges. Ja, ne? Oh, bist du rein. Ich finde hier auch, dass da einiges ist. Ja, ja. Hier. Vor allem, wie du die gelbe anspielen wolltest. Ja, Alter. Oh, das war gut. Alter, Schwede. Das war so gut, Alter. Ja, also. Komm, einfach ranballern! Komm, komm, irgendwas. Herz der Karten, bitte. Bitte, bitte, sei, mach so wie gerade, bitte, schnitzel. Nee, nee. Blup. Oh. Oh. Mit Gefühl, mit Gefühl. Das ist mein Lifestyle, Alter. Die schaffste. Das geht gar nicht. So geht's, ja. Ja, ja, genau, so geht's. So, aber nicht. Doch. Scheiße. Ja, da hab ich die freigespielt. Ja, war geplant, komm. Freigespielt, so. Ja. Erst das mit dem Hals und dann werde ich hier noch. Komplett fertig gemacht. Ja. Nee, das ist doof. Da krieg ich auf jeden Fall nix rein. Doch, doch. Mach. So. Ja, scheiße. Hauptsache irgendwas sagen und dann hoffen, dass es reingeht. Ja, und dann hoffen, dass irgendwas reingeht. Oh, ah. Dann war es auf jeden Fall mein Plan. Ja, genau. Oh, da will er die Mokka-Farben da rein teilen. Na klar. Und die schwarze auch, natürlich. Wie immer, ne? Die ist mein Lieblingsschwarze. Meine auch, Alter. Schwarz ist geil. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Jetzt haust du da aber ein paar gute Dinge raus, mein Herr. Ja, ja. Na, ich hab... Ja, ja, gut. Dankeschön. Der... Alter. Der sagt zwar noch nur, um mich zu verunsichern. Hä? Wie, wie ich... Bin ich... Nein. Ach, da. Da rechts die... Ach, schade, dass man die zweimal umstellen kann. Wird ihr das schaffen, Leute? Man weiß es nicht. Ja. Nur noch die... Oh, bitte nicht, Alter. Oh, nein. Oh, Gott. Die geht doch eh wieder irgendwie rein. Nein, Mann. Die geht... Die geht nicht. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Jesus hat mich verlassen. Ja, schon lange, Alter. Boah, wie ich da reinballer, krass. Oh, das könnte jetzt... Knapp werden? Nee, nicht bei mir. Nee, da... Doch da mit Gefühl nur, damit die Schwarze dann gut liegt. Ja. Oh, shit. Genau so. Nein, nur noch die 8 ist übrig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe gewonnen. Nur noch 3 Spiele. Dann kann ich nur aufholen. Nee, das kann ich noch. Gut, Knapp. Nee, komm, eins machen wir noch. Dann habe ich... Aber das ist jetzt das... ...entscheidende Spiel. Das entscheidende Spiel. Haben wir um irgendwas gewettet? Ja. Um Emma. Ja, du kannst Emma haben. Was? Ja. Emma ist nicht mehr meine Number One. Alter, was? Alter, ich. Over mit Emma. Warte. Ah, ich habe die fallen. Okay. Warum denn? Was ist passiert? Ja, lange Geschichte. Sie hat mich betrogen. Mit mir? Oder mit dem Biest? Genau. Mit dem Biest. Als ich den Film gesehen habe, ich bin aus allen Bäumen gefallen. Was hat das Biest, was ich nicht habe? Erst mit Ron und dann mit dem Biest. Sag mal, was ist das denn für eine? Ja, das mit Ron war eine schwere Zeit. Aber... Die habt ihr überwunden und... Ja, ich habe ihr verziehen. Und dann sehe ich auf einmal so, ja, so ein haariges Biest hat Chancen. Bei Emma, aber ich nicht. What's going on? Ja. Habe ich die halben? Ja. Ja, ja. Und eine weiße, die du einfach verschieben kannst. Geil. Boah, der war richtig snitchig. Der war krass. Ja, ja. Das war der. Jetzt zeige ich dir mal einen Zaubertrick. Ja, ja. Mach mal. Ah, fast. Oh, der war... Verdammt. Ey, schade. Das wäre geil gewesen. Ja. Ja. Nein. Oh, hey. Nein. Nicht schon wieder. Habe ich nur noch die da oben? Nee, die da... Ach, komm, ich mache eine von dir rein. Boah, war der geplant. Alter, war der durchdacht. Genauso. Der war... Aber die Frage ist, ob du jetzt die Rode da reinkloppen kannst, ohne meinen Willi zu berühren. Nee. Nein. Nein. Oh. 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 Ähm. Ich muss ja eigentlich die erstmal da unten irgendwie anschauen. Hä? Was war da denn los? Ja, warum hast du das denn gemacht? Ich habe das gar nicht verstanden. Ich hatte Angst, dass sie weiß reingeht. Ja, aber du kannst dir doch nicht so krass anschauen. Das war doch klar, dass irgendwas in der A-Pass... Ja, doch. Ja geil, geil Es ist perfekt im Weg Ich mach das trotzdem, ist mir egal Die geht doch rein Doch Aber Gott sei Dank Das wär jetzt das siebte Weltwunder Mann Ich darf halt auch keine falsche anspielen Oh ja Oh Gott sei Dank Ja, ich hab auf jeden Fall Noch eine gute Auswahl übrig Ja, aber das macht es schon Relativ einfach Ja, einfach her Na komm, also für dich Ist ja einfach Oh nein Da hab ich ganz kurz Ein bisschen Pippi in so Haus In so Haus? Kein Wunder, dass immer dich nicht Nein Oh was Oh nein Das fuckt ja richtig ab Ja, sehr gut Sehr gut Nice, Alter Nein Alter, die hab ich dringesehen, ne? Mann Hör doch auf Nein 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 Jetzt kannst du echt Hä, warum spielst du denn erst die? Hast du irgendwie kot in den Augen? Ich hätte erst die Uhr drüber gespielt Ja, das büste Ho! Ja, 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 ja Nicht im Weg sein Nicht im Weg sein Ja, 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 komm, komm, Rander, komm, Rander, nein Holt schnell das Geodreieck Scheiße, ich hab nicht Scheiße, ich seh's nicht Ja, die halt deinen Goschen, Alter Ey, guck, du verhulter Nein, 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 nein Ja, 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 ja Okay, 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 komm schon Du musst den Ball doch nur hier so hinlegen Oh nein Und dann spiel ich ihn mit Gefühl Hey, Leute Ich bin nur so ein ganz Lüden Nein Ich bin nur so ein ganz Lüden Nein Was war das denn für ein Und gegen so jemanden Verliere ich hier Was ist das denn? Nein Nein Hä? Don't do it Ja, 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 ja Nein Nein Ja Aber ich hab ja immer noch verloren Gut Dann bewerte mal den Part Ich mach dann jetzt meinen Kanal erstmal dicht Und schaut beim Pischnitzel vorbei Bis dann Tschüss Tschüss Tschüss